Fünf Dinge in Logic Pro X. Nee, stopp, nicht weiterschalten, nur weil Logic nicht deine DAW ist, denn ich glaube, dass in diesem Video trotzdem der ein oder andere Hinweis für dich dabei sein könnte oder dass du uns vielleicht sogar weiterhelfen kannst. Neugierig geworden? Dann bleiben noch ein paar Minuten dran. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, benutze ich ja relativ gleichberechtigt Studio One oder Logic Pro X, wenn ich Musik mache. Wenn es knifflig wird oder ich unter Zeitdruck komme, dann greife ich aber eher zu Logic, weil da kenne ich mich einfach viel besser aus und dann bin ich mehr zu Hause, weil ich es einfach schon deutlich länger benutze. Aber während ich dann mit Logic Pro X arbeite, fallen mir immer wieder Dinge auf, die ich total liebe, Dinge, die ich hasse und Dinge, mit denen ich einfach gelernt habe zu leben, also Workarounds, die ich mir quasi zurechtgefummelt habe, um damit einfach klar zu kommen. Und heute präsentiere ich dir einfach mal fünf von diesen Dingen. Nicht wertend, nicht abschließend und vor allem als Einladung an dich, uns mal unten in die Kommentare reinzuschreiben, was du an deiner DAW denn so liebst, hast oder womit du einfach zu leben gelernt hast. Schreib also gerne unten in die Kommentare. Wir wollen von dir lernen, was du hältst von Reaper, von Reason, von FL Studio, von Ableton Live, von Cubase, Pro Tools, Studio One, Logic, you name it, irgendwas wird dabei sein, Griff an die Nase, juckt. Schreib es uns unten in die Kommentare und dann können wir in der Recording-Blog-Familie uns inspirieren lassen, uns vielleicht mitnehmen lassen oder vielleicht sogar gucken, die eine oder andere Funktion vielleicht sogar finden, die wir in der DAW unserer Wahl noch gar nicht kannten. Ich freue mich auf jeden Fall von dir da zu lesen und vor allem zu lernen. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, ja, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal in Medias Race und ich verrate dir meine fünf Dinge in Logic. Nicht wertend, nicht abschließend vor allem, habe ich schon gesagt. Los geht's, wir starten mit der Equalizer von Logic Pro X ist für mich persönlich ein absolutes Arbeitstier und mein Lieblings-Equalizer, wenn ich beim Mix bin. Wenn ich mit Logic mixe, dann benutze ich in der Regel kaum einen anderen Equalizer, weil hier im Prinzip alles mitgeliefert wird, was ich brauche. Wir haben hier insgesamt sechs verschiedene Bänder, die auch noch farblich einigermaßen voneinander getrennt sind. Das dient der Übersicht. Man hat einen High Cut, einen Low Cut und man hat noch verschiedene andere Anzeigeoptionen. Man kann hier im Analyzer zum Beispiel anstellen, ob der Analyzer das Signal vor oder nach dem Equalizer anzeigt. Und wenn du hier mit der rechten Maustaste, mit der linken Maustaste, aber bei gehaltener Steuerungstaste draufklickst, auf den Analyzer, dann siehst du, dass hier noch ein verstecktes Menü aufgeht. Du kannst hier unter anderem auswählen, ob der Analyzer im Peak-Modus, also direkt auf die schnellen Peaks reagiert, die du im Signal hast, oder ob er eher gemittelte Lautheit über einen etwas längeren Zeitraum anzeigt und damit das Signal eher so anzeigt, wie unser Gehör das eigentlich wahrnimmt. Also tolle Funktion. Außerdem kannst du hier die Auflösung noch verändern. Schöne versteckte Funktion. Nächste Funktion ist der Q-Couple-Modus. Dieser Knopf erklärt sich ja nicht von selber. Q-Couple-Couple heißt Paaren. Womit ist der gepaart, der Q-Faktor? Ganz einfach, mit dem Gain ist der gepaart. Wenn wir hier mal ein Band, das grüne Band hier zum Beispiel, einfach mal anheben, dann siehst du, dass der Q-Faktor hier relativ stabil in seinem Bereich bleibt. Beim Anheben vielleicht ein bisschen breiter wird, beim Absenken vielleicht ein bisschen gezielter, ein bisschen schmaler wird, je mehr ich hier eindrehe. Aber wenn ich hier den Q-Couple-Modus ausmache, dann siehst du, dass das Band hier sehr breit wird und sehr groß die Glocke wird. Und deswegen ist es sinnvoll natürlich, hier bei der Bearbeitung darauf zu achten, dass du hier den Gain-Faktor und den Q-Faktor miteinander koppelst, damit du eben nicht so breite, mit einem breiten Pinselstrich quasi arbeitest, wenn du das Ganze hier bearbeitest. Außerdem kannst du hier auch mit gehaltener Steuerungstaste nochmal draufklicken und hier auswählen, wie sich der Q-Couple-Modus, wie stark der sich eigentlich auswirken soll. Auch da lohnt es sich mal rum zu experimentieren und sich das Ganze einfach mal anzuhören. Schöne versteckte Funktion, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, was ich großartig finde, dass eben das Processing von diesem Equalizer nicht limitiert ist auf Stereo, sondern dass du hier auch auswählen kannst, ob du nur die linke oder die rechte Seite, aber auch vor allem nur das Mitten- oder das Seitensignal bearbeiten kannst. Also du bekommst hier nicht nur einen ganz normalen Equalizer fürs Stereo- oder Monosignal, sondern bekommst auch einen mit zeitfähigen Equalizer mitgeliefert, was wirklich ganz großartig ist. Du brauchst eigentlich keinen anderen Equalizer mehr, was hier eigentlich nur noch fehlt. Ist irgendwie ein dynamisches Feature, damit man die Bänder auch noch dynamisch nutzen kann. Aber dafür gibt es ja den TDR Nova, falls du davon schon mal gehört hast. Was aber ganz großartig ist und deswegen bevorzuge ich diesen Equalizer auch, wenn ich mit dem arbeite, zum Beispiel, wenn ich mit dem eine Bassdrum oder einen Bass bearbeite, dann ist es manchmal so, dass bei verschiedenen Bändern im Bassbereich, dass da leichte Phasenauslöschungen zwischen den beiden Bändern passieren können, was dazu Folge hat, dass du vielleicht den Bassdruck verlierst. Und wenn man dann anhören könnte, wie ein phasenstabiler Equalizer das Ganze handhaben würde, dann wäre das doch ganz toll. Du hast jetzt aber schon Einstellungen vorgenommen, so wie ich jetzt hier zum Beispiel. Und das Coole in Logic Pro X ist, dass du jetzt hier, wenn du hier auf den, bin ich jetzt auf dem richtigen Kanal, dass du hier auswählen kannst bei der Equalizer-Rutsche, dass du hier auswählen kannst, ob du den linearphasigen Equalizer haben möchtest. Und achte mal darauf, wenn ich den jetzt auswähle, was passiert. Da habe ich schon wieder den falschen Knopf erwischt. Ich habe das gerade schon zweimal gefilmt. Ich mache das jetzt nochmal. Also, wir machen das hier mit diesem Equalizer auf dem Core. Und wenn ich hier jetzt die Auswahl mache, dann drücke ich jetzt mal hier auf den linearphasigen Equalizer. Jetzt aber wirklich, Trommelwirbel, jetzt klappt es wirklich. Und pass mal auf, was mit den Einstellungen passiert. Der schaltet einfach um auf den linearphasigen linear, den phasenstabilen Equalizer. So ist es richtig. Natürlich behält aber die Einstellungen bei. Mit anderen Worten, du kannst zwischen diesen beiden umschalten, ohne dass du deine Einstellung verlierst, was wirklich großartig ist. Du kannst du nämlich hören, ob du vielleicht mit diesem Equalizer, der ein bisschen rechenaufwendiger ist und der ein bisschen mehr Latenz mitbringt, ob du mit dem vielleicht gerade bei Bearbeitung von Bassinstrumenten vielleicht ein bisschen besser fährst. Im Mastering ist das sowieso die bessere Variante, mit so einem Equalizer zu arbeiten. Zumindest im Bassbereich. So viel dazu. Das ist also großartig. Ich finde, ein riesiges Arbeitstier der Equalizer von Logic Pro X. Es lohnt sich also auf jeden Fall, da mal richtig einzusteigen und die versteckten Funktionen auch auszutesten. So ist es. Jahrelang habe ich mich darüber geärgert, dass die Undo-Funktion in Logic Pro X nicht so vielfältig und integriert arbeitet, wie vielleicht in anderen DAWs. Wenn ich zum Beispiel in Studio One aus Versehen einen Fader berühre oder aus Versehen ein Plugin ein bisschen verstille, dann kann ich einfach über Undo, Steuerung Z oder Kommando Z auf dem Mac, kann ich einfach dafür sorgen, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Nicht so in Logic Pro X. Und jahrelang habe ich mich darüber aufgeregt, dass das nicht integriert ist und mich gefragt, warum Apple nicht auf die Idee kommt, auch Undo für Fader-Fahrten oder zum Beispiel für Plugins einzubauen. Haben sie aber. Ich habe es nur nicht gewusst. Deswegen verrate ich dir das jetzt mal, wo du suchen musst. Am besten, du gehst hier einfach mal ins Menü hier oben rein und gehst mal hier bei Bearbeiten. Und da siehst du, dass es hier eine Funktion gibt, die heißt Undo-Verlauf anzeigen. In dem wird dir angezeigt, was du alles gemacht hast und was du nicht gemacht hast, wie hier zum Beispiel. Und hier versteckt nicht in den Einstellungen, sondern hier kann man einstellen, dass bei Parameter Änderungen vom Mixer und von Plugins auch Undos mitgeschrieben werden. Und das ist ganz großartig, denn plötzlich macht es Sinn und du kannst jede Veränderung, wie zum Beispiel diesen Fader, den ich jetzt hier angepackt habe, kannst du mit STRG Z wieder rückgängig machen. Wunderbar. Endlich ist das Undo so versatil und so vielseitig, dass ich es auch tatsächlich benutzen kann. Und wenn du hier zu wenig Undo-Schritte haben solltest, dann kannst du das einstellen, hier einfach über die Einstellung bei Allgemein. Und da gibt es dann hier den Menüpunkt Undo-Schritte eingeben. Da kannst du 100, 200 oder was weiß ich wie viele Schritte einstellen, damit du so weit zurückgehen kannst, wie du lustig bist. Undo, endlich funktioniert es auch bei Logic Pro X. Ich habe jahrelang mich darüber aufgeregt, aber jetzt bin ich endlich glücklich. Eine Funktion, die ich an Logic Pro X seit Jahren gut finde, ist die Funktion, dass man sich Fensteranordnungen zurechtlegen kann und die mit einem Knopfdruck abrufen kann. Was ist damit gemeint? Heutige DRWs sind ja eigentlich voll integriert, so wie du das hier auch siehst. Du hast hier einen Bearbeitungsbereich, hier auf der linken Seite, den Inspektor, den du noch einblenden kannst, wenn du einzelne Events anklickst. Du hast hier das Arrangement hier oben, du hast unten den Mixer. Im Prinzip siehst du fast alles, was du eigentlich brauchst. Der Rest wird irgendwie dynamisch eingeblendet. Aber schön ist es natürlich, wenn man sich feste Fensteranordnungen mal zurechtlegen kann. Wenn ich zum Beispiel auf die Taste 2 drücke, dann siehst du, dass sich mein Bild ändert und du siehst jetzt plötzlich hier die Piano-Rolle. Unten ein kleines Arrangement und auf der rechten Seite den Event-Manager. Und wenn ich hier mal ein Event anklicke oder so, dann siehst du, dass es hier auf der rechten Seite direkt mal aktiviert wird. Und wenn ich hier doppelt reinklicke, sehe ich sogar alle einzelnen Noten. Alles nur hier in der Fensteransicht Nummer 2, die ich mir fest angelegt habe, indem ich hier diese einzelnen Fenster arrangiert habe und mir das Ganze dann abgespeichert habe. In Nummer 4 zum Beispiel siehst du, dass ich hier unten nur einen schmalen kleinen Mixer habe und in Teil 1 bin ich dann wieder hier voll ausgestattet und kann hier den Mixer voll aufziehen und kann alle Funktionen sehen. Wie macht man das? Ganz einfach, du siehst hier oben diese 1, die hier steht. Und diese 1 sagt nichts anderes, als dass wir gerade in Fensteranordnung 1 sind. Da ist ein Punkt davor, das heißt, das ist im Moment verriegelt. Egal was ich einstelle, wenn ich die Taste 1 wieder drücke, komme ich wieder zur ursprünglichen Anordnung zurück. Wenn ich jetzt also hier, was weiß ich, die Breite einstelle hier von meinen Federn, wenn ich hier das ein bisschen zusammenschiebe und so weiter, hier alles so, dann drücke ich die Taste 1 und komme dann wieder raus bei meinem Standard Setup. So weit, so gut. Einstellen kannst du dann hier, wenn du was ändern möchtest, solltest du es erst entriegeln, dann kannst du ein Fenster hier zum Beispiel ändern, kannst auch die Größe von dem Fenster zum Beispiel ändern, kannst es dann wieder verriegeln. Und wenn du das Ganze dann abspeicherst, hast du ab da immer auf der Taste 1 deine Fensteranordnung, die du gerade haben wolltest. Ich mache das mal kurz wieder zurück, weil das finde ich jetzt nicht ganz so cool. Das war ja nur zum Anzeigen hier. Aber du siehst, der Sinn ist schon ganz gut. Man kann sich tatsächlich seine Arbeitsbereiche schnell zurechtlegen, die man hier haben möchte und kann dafür sorgen, dass man mal eben schnell hier in die Pianorolle reingucken kann, seinen Eventmanager daneben hat oder vielleicht größere Bearbeitung machen kann, indem man sich hier die Spuren zurechtgelegt hat in dieser großen Auflösung und wieder zurück in den Mixer springen, wo man dann direkt wieder arbeiten kann. Fensteranordnung finde ich super. Eine Sache, die mir bei Logic Pro X so richtig auf den Nerv geht, ist, dass man sich seine Busse nicht selbst sortieren kann. Die Busse werden im Mixer, wie du es hier sehen kannst, in der Reihenfolge abgebildet, in der du sie angelegt hast. Normalerweise nutze ich aber meine Busse nicht in der Reihenfolge, in der ich sie angelegt habe, weil wenn ich mal meinen Mix starte und meinen Mucke-Komplettbus und meinen Vox-Komplettbus habe, die lege ich als erstes an und dann bleiben die im Mixer immer genau an der Stelle stehen. Ich möchte die aber gerne hier auf der rechten Seite neben dem Master oder neben dem Output stehen haben. Was also machen, wenn man seine Busse nicht verschieben kann? Wenn ich die hier anfassen will, hier im Mixer, dann werden die zwar markiert, aber ich kann sie nicht verschieben. Ich markiere hier nur verschiedene Dinge. Es gibt aber einen Trick, mit dem du dafür sorgen kannst, dass du deine Busse trotzdem sortieren kannst. Und der ist relativ einfach. Du markierst dir einfach die Busse, die du sortieren möchtest, wählst einen aus, hältst die Shift-Taste, drückst dann bis zu dem, den du haben willst. Und wenn du dann mit der rechten Maustaste draufklickst und sagst, dass du aus diesen Bussen eine Spur erzeugen möchtest. Machen wir mal. Dann siehst du, dass hier Spuren angelegt werden. Und diese Spuren sind jetzt hier oben im Arrangement und die kannst du jetzt einfach da nach ganz unten schieben. Nicht nur das. Im Mixer bist du jetzt auch in der Lage, die Busse in die Reihenfolge zu bringen. Das machst du hier auch im Arrangements-Fest so. In die Reihenfolge zu bringen, in der du sie gerne haben möchtest. Und wie du siehst, wenn ich hier den Room zum Beispiel verschiebe, dann verschiebt er sich hier unten im Mixer auch und kommt endlich auch an die Position, an der ich ihn eigentlich haben will. Ein Workaround. Ich weiß nicht, warum man Busse nicht einfach sortieren kann, so wie man das möchte. Aber so geht es zumindest auch und man kann sich damit behelfen. Außerdem kann man jetzt hier auch noch tolle Automationen reinschreiben. Sowieso praktisch, wenn man auch mal seine Spuren hier automatisieren kann. Auch die Busse. Also, man kann damit leben. Geht schon. Die Plugin-Ausstattung von Logic Pro X ist wirklich schon sehr umfangreich. Es gibt aber so einige Plugins, die hat nicht jeder auf dem Schirm. Und ich möchte dir heute noch eins meiner Lieblings-Plugins zeigen, mit dem man seinen finalen Mix noch ein kleines bisschen besser machen kann. Und zwar auch so wieder, ohne einen Funken Geld dafür auszugeben oder einen Cent Geld dafür auszugeben. Und das ist das Plugin Direction Mixer. Mit dem Direction Mixer, den du hier im Bereich Imaging findest, kannst du einiges machen. Du kannst zum Beispiel hier sagen, dass du die Stereo-Breite von deinem Signal verändern möchtest. Hier mit dem Spread-Regler. Das Tolle ist aber, wenn du den hier auf Split-Modus stellst, dann kannst du dafür sorgen, dass du zwei verschiedene Bände hast, die du bearbeiten kannst. So, wir drücken mal auf Split. Und du siehst, dass jetzt hier ein Direction High und ein Direction Low Band dazugekommen sind. Und das Tolle ist, dass du jetzt mit dem Low Band die Crossover-Frequenz eingeben kannst. Also da den Schnittpunkt, wo das untere Band ist und wo das obere Band ist. Und ich setze den einfach mal hier so ungefähr bei, sagen wir mal, 80 Hertz fest. Und sage jetzt, dass hier mit dem rechten Regler hier, dass die Breite unterhalb von 80 Hertz auf 0 geregelt wird. Mit anderen Worten, du kannst mit diesem Direction Mixer dafür sorgen, dass du einen Monomaker simulieren kannst. Der Monomaker von Brainworks ist ja ein tolles Ding, mit dem man dafür sorgen kann, dass Frequenzen unterhalb einer gewissen Grenzfrequenz dann Mono abgespielt werden. Weil sie Mono wiedergegeben werden und Mono wieder wahrgenommen werden. Deswegen macht es vor allem Sinn, da Frequenzen unterhalb von 100 oder 80 Hertz in Mono wiederzugeben. Und da brauchen wir noch nicht mal einen Monomaker für. Man nimmt den Direction Mixer einfach aus Logic Pro X, kann dann hier die Breite einfach für alles unterhalb von 80 Hertz auf 0 stellen, kann hier vielleicht hier oben sogar noch ein bisschen die Stereo-Breite vergrößern, so auf 1,08 und hat dadurch insgesamt einen schöneren Effekt. Die Musik klingt kompakter, druckvoller im Bassbereich und wird noch ein kleines bisschen größer, dadurch, dass du oberhalb von 80 Hertz dann sogar noch ein bisschen die Stereo-Breite verändert hast. Oder von 100 Hertz oder von 120, musst du mal ausprobieren. Aber du brauchst keinen Monomaker, wenn du Logic Pro X hast, denn der Direction Mixer bringt das automatisch mit. Top Ding.